Hoi, ich bin der Emil. Ich bin die Ida. Ich bin die Jana. Ich bin der Samuel. Ich bin die Jona-Marie. Und ich bin der Severin. Und wir möchten ein klein paar Fragen stellen. Fühlst du dich oft allein? Hast du manchmal Angst? Meinst du, dass du die Liebe geklebt hast? Gott möchte mir ein Kipps sagen. In der Bibel steht, dass Gott liebt. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Du bist ihm so wichtig und plattvoll. Du bist ein Wunder. Du bist Gott des Kindes. Du musst nie mehr allein sein. Du musst keine Angst haben. Weil er mich so lieb war. Lass dir von jemandem etwas anderes einnehmen. Er lacht nie an, du mehr zu sagen. Du bist unruhig. Weil du bist gerettet. Durch das Werk von der Brüte von Jesus. Und deswegen musst du keine Angst haben. Und dann ist Gott auf der Welt interessiert. Weil Gott seine Engel befiehlt, die zu beschützen. Vergiss nicht mehr, wer du bist. Wir wünschen dir, Gott sei Dank. Geig. Vielen Dank.